Ich glaube, es ist der Experimental Hexplay könnte auf Garen gut sein. Nee, ist terrible auf Garen. Du willst das Item halt nur kaufen wegen des Ult-Crewdowns, nehme ich an. Da gibt es aber deutlich bessere Ability-Haste-Optionen, so Richtung Deck-Klima und Co. Die aktive ist halt useless für Garen. Das Item gibt dir halt richtig viel Attack-Speed und Movement-Speed, nachdem du geultet hast. Und Garen will mit seinem Ult den Fight ja beenden und nicht den Fight beginnen, so wie halt Nocturne oder Olaf, die gut mit dem Item sind. Diese 8 Sekunden Attack-Speed und Movement-Speed sind auf Garen halt low-key Wasted. Die sind halt super auf Nocturne und auf Olaf. Außer du willst mit Garen und Ult den Fight beginnen, dann ist das natürlich gut. Dann drehst du dich danach schnell. Mit Garen brauchst du und finde die Edge dringend. Und dann finde die Edge keinen Damage-Trust. Ich habe noch keinen einzigen Juggernaut gesehen. Ich habe keiner, was darauf gut ist. Noch kein Darius, noch kein Mordekaiser, noch kein Urgott, noch kein Garen, noch kein Ilawi, noch kein Yorick. Noch nichts in der Richtung. Ich spiele die ganze Zeit gegen ein paar Bruiser, wenige Tanks und vor allem Magic-Damage-Champions. Magic-Damage ist halt der Shit. Wenn du Magic-Damage strafen darfst, solltest du es machen auf Top-Lane, I think. Akali, Rumble, maybe Cannon. Ich werde gewählt. Boah, der ist nochmal in Reichweite gekommen dafür. Higher-Lower-Ground is broken oder was? Nicht worth. Obviously. Ich habe Damage genommen und siehört nicht, Loii. Aber ich hiebe mich ein bisschen dagegen mit meinem Taste of Blood-Proc. Jetzt werde ich gleich wieder geweht. Das Precision-Protokoll. Sidesstab war huge dagegen. Ich kriege guten Damage durch hier von Scorch und Q. Ich glaube, Comet hat sie sidestappen dürfen. Nice, er hat doch den Medi noch gemisst. Vielleicht schlubbt der Mage auch noch. Sieht nicht dann raus. Der Mage, maybe. Huge. Der Match-Up ist sehr gut für Rumble. Und mal gucken, wie die Wände halt Kamel einschränken, weil mein 1-Kamele-Game lief sehr gut für mich im Mitte- und Late-Game. Aber da sind halt Landing-Face-Wände auch egal im Mitte- und Late-Game. Boah, der wurde gesungen? Nee, Mitte wurde gesungen. Mitteln, komm mal. AD-Carries sind auch super polär gewesen in Champions-Q. Vor allem der Lucian wurde viel angespielt. Trissana hat auch mittlerweile schon das Öfteren gesehen. Ja, warum nicht Cockma, ne? Terminus macht dich so tanky. Klingt eigentlich alles nicht wert. Trayden Damage. Weiß ich halt, sie hat natürlich ein bisschen... Oh, hallo. Das hier ist so schwer. Den kennen gemisst dafür. Rangar invaded. Ich lauf mal los. Ich komme, mein Freund. Ich komme. Sie würde dich eh flashen. Okay. Würde ich nicht eh flashen, wenn du natürlich vorher flashst. Der Geist, der hat das Camp bekommen. Jetzt bin ich nicht Level 6 auf der Leichen-Wave wie sie. Ich denke, sie hat alles bekommen, oder? Oh, auf der Web ist sie sehr, sehr screwed. Ist das richtig, von denen den Pot einzuwerfen, weil sie sonst jetzt Probleme hat. Nach vorne, nach vorne, nach. Schönes Space-Sync von mir. Weiß Ding ist, jetzt hat sie halt keine Wand mehr, ne? Er hat sie keine Wand mehr. Wenn sie die Wand da oben weht, kann ich immer einfach aus der Reichweite rauslaufen. Je weiter in die Mitte kommt, desto leichter wird es für mich zu spielen. Oh, zwei Qs. Äh, zwei Es. Ja, viel Spaß beim Recon. You can do it. Oh, okay. Noch ein Cookie angeworfen. Ich weiß nicht wirklich, wieso. Läuft nochmal nach vorne. Kriegt zwei Apun ab. Gebt wieder nach hinten. Okay. Nochmal. Bin ich gegankt? Ich gewinne den Gank. Geh doch endlich, Bateswoman. Man muss sagen, diese grauen Haare wirken aber äußerst elegant an ihr. Sie sahen auch bei Ash in den Trailer so geil aus. No joke. Gainigan hat die Haare komplett gesmurft im Cinematic. Ich hab ne Poké-Main-Reaction geguckt, wo sie das die ganze Zeit gelobt hat, wie gut die Haare aussehen. Von der Animation her. Weil ich erinnere mich noch so an Witcher 3 2015. Nvidia, Herr, irgendwas musstest du runterladen. Modden installieren und sahen die Haare immer noch scheiße aus. Natürlich kann man es nicht wirklich vergleichen in einem Game mit einem Trailer. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber voll geil. Ich hab gestern, ich hab wirklich, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich hab den ganzen Abend Reactions geguckt und den Trailer mehr angesehen. Ich find, das Lied ist so insane. Der Trailer ist noch cooler. Und ich hab ne Milliarde Reactions angeguckt. Die erste, die ich geguckt habe, war von... Ich hab den Trailer erst alleine geguckt, natürlich. War ja mit euch live im Stream, also pünktlich um 16 Uhr. Und dann hab ich bei Nekrit's Kanal geguckt. Nekrit. Der hat auch so ein Bingo vorbereitet. Mega cool. Was er halt dachte, was alles drin vorkommen würde. Er hat voll viel Predicted. So die Arthrox-Pose und vieles anderes. Voll geil. Und dann hab ich... Ich hab den ganzen Tag Reactions geguckt. No joke. Pokeman. Tyler One. Kayd Rill. Alle mitgenommen. Weil der Trailer, er hat so viele geile Details. Ich liebe den... Der Trailer ist so cool. Das gesamte Theme ist insane. Mit Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Das Ancient Demacia, wo Kayd und Morgana kämpfen. Das ist top, den Diven. Ich kenn auch One-Wir-And-Diven, probably. Sie hat schon Recold-Tippiert. Wenn die Liebe erfüllt ist, alles reine für sie. Es ist so geil. Und dann die ganzen Details. Wenn du mal guckst, du siehst so irgendwo ein Trünner-Helm rumliegen. Die Kindred-Sachen. Es ist legit so cool. Er raut sich echt sehr, sehr selbst. So hat man mal wieder. Also der Trailer war letztes Jahr ja auch absolute Horse-Shit-Scheiße. Da können wir dieses Jahr einfach nur von Glück reden, dass er so geil geworden ist. Wie ist es hier Level 6 geworden? Von was? War 1-2-1, I guess. Aber trotzdem war halt noch geflasht. Ja, 20 zuerst. Und ich wollte sie ein bisschen aggressiv diven. Ich hätte Old auch bewahren können. Ich wollte mit 2 und Iselin. Egal, die stimmt auch noch. Mit der Kante-Pi. Ich war halt nicht ganz fokussed, weil ich schon wieder über irgendeine Scheiße rede. Aber es ist slow. Nein, alles an dem Trailer war ein Sane. Also ich finde immer noch das Allercoolste. Oh, bitte geht die gerade raus. Du Tankstorm, Bro. Das Allercoolste war dieser Kontrast zwischen Yasuo und Trünner-Meer. Wie sie gegen Kindred halt jeweils kämpfen. Bei Arthros ist ja auch eine Kindred zu sehen. Oh, er will Bot-Lang-Gain-Siders? Meine Wave-Slow-Busch ist okay. Ich kann eine Wave-Catchen. Das ist so cool. Weil er, ne, er schließt halt die Augen und er dreht den Tone gegen. Da kommt der Kindred-Fall und schießt ihn ab. Er stirbt. Und dann Übergang zu Trünner mit seinen rot-grünen Augen. Wer nicht sterben möchte, weil er so sauer ist. Die Undying Rage hält ihn am Leben. Und dann wie Kindred halt... Das ist das erste Mal, was Kindred im Trailer drin ist. Ihr wisst, ich bin ja ein großer Kindred-Kondesseur. Ich liebe den Champion. Ich habe schon sehr viel gespielt in Solo-Q. Und auch generell im Jungle habe ich einen ganzen Tag Konflik gehabt, um nur Kindred zu spielen. Für eine Ewigkeit. Und dann ist ehrlich mal ein Cinematic drin. Und dann Wolf und sie sind halt so geil. Weil auch wenn Kindred im Game so wäre, wie sie im Trailer wäre, wäre es so insane. Weil im Game ist ja quasi... Man denkt, man spielt nur das Lamm. Aber man spielt ja eigentlich auch den Wolf. Das sind ja Kindred-Spirits. Es ist ja gar kein weiblicher Champion. Man denkt immer, Kindred wäre weiblich. Aber sie ist ja gar nicht weiblich. Sie ist ja eigentlich einfach Kindred-Spirit halt. Wolf und Lamm. Aber man spielt halt nur den Wolf... Äh, nur das Lamm in League of Legends eigentlich. Und der Trailer war halt beides. Und dann ist es so cool. Wie Kindred so verwundert anguckt, als Trünnermäer nicht sterben will. Sie versteht aber nicht, warum wildes Wesen nicht den Tod akzeptieren. Es war doch klar, dass es stirbt. Kindred ist ja Death-Personified. Und dann, äh... Als Kindred dann so verwundert guckt und dann ihren Bogen senkt. Weil die Pfeile von Ash kommen, die Trünnermäer halt retten. Sonst wäre er gestorben an den beiden Soldaten, die ihn halt... Also es ist so cool. Es ist so fucking cool. Und dann verschwindet Kindred. Und du siehst so ganz kurz, bevor Ashs Gesicht sichtbar ist, siehst du so Kindreds Gesicht, wie es so wegraucht in ihrem Gesicht. Und dann ist Ash revealed. Das ist so cool. Das ist so fucking epic. Auch Trünn... Die Idee, dass Trünnermäer, wenn immer herultet, gegen den literally, gegen den Death, gegen den Tod selbst in Person kämpfen muss, ist auch so fucking badass. Das ist so cool. Weil es veranschaue ich natürlich nur der Trailer, dass halt gerade gegen irgendwelche Freljords-Adaten man kämpfen musste. Gegen wen auch immer, irgendwelche Stammkriege. Wer weiß, Winter's Claw. Gegen die Avarosa oder was auch immer. Gibt's ja eine Milliarde Stämme im Freljord. Aber Winter's Claw, Avarosa und die Frozen Watchers oder so. Lissandra, Cizorani, Ash. Und es ist einfach geil. Jedes Element vom Trailer war geil. Das alte Ionia, auch diese Idee, dass Yasu, ne? Dieser Krieger, der gejagt wurde, zu Unrecht. Er hat diesen Ältesten gar nicht getötet. Aber alle denken, er war's. Und dann jagt sein eigener Bruder. Und der muss seinen eigenen Bruder umbringen. Bla, bla, bla. Und dieser Krieger kommt zur Ruhe. Lebt in irgendeinem Dorf. Er chillt. Und dann, Jahrzehnte später, nachdem er hoffentlich ein gutes Leben gehabt hat, als einfach so ein Dud im Dorf, muss er noch ein letztes Mal versuchen, ja, das Schwert zu ergreifen, die Bewohner zu beschützen. Fuckin' Epic. Dann stirbt er einen, ja, eigentlich relativ süßen Tod. Also, relativ nice. Weil der Pfeil von Kindred, dass er am Highlight stirbt, schritt er dafür, dass er nicht gekämpft hat. Also, er kriegt einen Samfentod gewährt quasi. Und wenn du halt kämpst und dich dem Tod war... Oh, scheiße. Dann reißt dich der Wolf. Okay, wollen wir mal ein League of Legends spielen, Tolkien? Die letzten drei Games. Ich bin nie am spielen. Ich bin nur am Pallabern. Aber ich enjoy es auch. Es ist schon geil, Topline zu spielen. Du kannst wirklich einen Podcast aufnehmen. Und das mach ich auch gerade. Es ist Podcast Tolkien. Scheiß Evelyn. Dumm zu warnen gegen Evelyn, wenn ich nicht deepwarde, ihre Camps. Aber ja, also, der Trailer. Also, wenn ihr noch nicht gesehen habt, ihr habt jetzt eh schon alles gespoilert bekommen, aber ihr müsst ihn gucken. Er ist komplett insane. Ihr werdet keine Sekunde bereuen. Er ist komplett insane. Guckt euch vor den Trailer vom letzten Jahr an. Wichtig. Den Season 23 Trailer. Fangt an zu lachen, weil der so fucking terrible war. Riot hat komplett runtergerannt. Und dann guckt euch den neuen Trailer an und ihr werdet happy sein. Es ist so insane. Es ist wirklich... Ich wusste auch gar nicht, dass Kay Morgana Demacia gegründet haben. Und dass da scheinbar Jofal, ein Darken, und deswegen ist Arthrox-Line gekommen. Und wollte Demacia wohl irgendwie einnehmen, retten, zerstören. I don't fucking know, was er mit Jofal da machen wollte. Diesen Darken kenne ich nicht. Die Leute wurden ja auch zehnmal geändert. Aber auch diese legendäre Voice-Line von Kay mit I picked up my mother's sword and with her purpose oder so. Ist ja von der Szene. So, Morgana lässt ihr ihr Schwert fallen und benutzt diese alte Magie. Und diese Magie, die sie nicht benutzen darf. Kay gibt ihr den mega-judgmental Look. Genau wie meine Ex-Freundin, wenn der Toilettenbrillensitz oben ist. Und danach nimmt sie das Schwert ja hoch und fightet mit der Empowered Form. Sie ist basic in Level 16. Während Morgana mit Soul Shackles Arthrox festhält. In der Lore, die ich kannte, wurde Arthrox festgehalten von Zoe. Er hatte auch so eine Voice-Line zu Zoe. So, you gave them the tools to trick me, Trickster. Bla, bla, bla. Also, es ist wirklich... Der Trailer ist auf jedem Level insane. Der Trailer ist auf jedem Level insane. Es ist wirklich insane. Ich wünsche dir der First Strike. Ey, danke dir, Lord Trolldemort. Vielen Dank für deinen Zappmann. Liebe Bro. Ja, Evelyn und Camille haben jetzt siebener Gold collected, haben mich auch collected Top-Line und haben jetzt noch Bot-Line-Kills gemacht. Ist einfach eine sehr gute Kombo, ne? Ult, und du kannst da nicht wegrennen. Evelyn wird dich immer charmen und dann wirst du von Ult geexecuted von der anderen Ult halt. Er ist ja gut, ich habe doch festgehalten, vom Last Carous gelastet. Unangenehm, to say the least. Shit, der hat schon Stormraiser. Muss ich hier flashen. Aber kann es da? Kann vielleicht den Bait anspielen. Der Bait wurde angespielt. Er hat mich bei einer gestorben, der hat noch gehealt. Ich dachte, der wäre schon tot. Haha. Ach, das ist ja flash. Ich war mir nicht sicher. I did not know for sure. Weil ich kann nicht zulassen. Wenn ich zu spät flashe gegen einen Powered Auto-Tax, kann es dann halt nicht mehr wegflashen, ne? Im Powered Auto-Tax kann man nicht cancel, man kann sie nicht flashen. Deswegen muss ich da versuchen zu predikten oder ich bin dann einfach dead und verliere noch mein Flash für nichts. Das hat sehr, sehr künchschwerer. Also lieber flashen und ja. Ich habe 40 CS, die drei Platten bekommen. Ich habe Top-Lens. Er hat gewonnen, auch wenn wir nicht so fokussed waren, wie hätten sein können. Aber you know, sometimes in life. You gotta do what you gotta do. Danke, die Starscourge. Und Janivo. Vielen Dank. Torino, es gibt noch ein Detail im Trailer, was bisher niemand irgendwo gesehen hat. Im Fight von Trinabelt beißt der Wolf einmal in die Schulter beziehungsweise in den Schulterpanzer unterlässt eine ordentliche Spur. Die ganzen Theorien von wegen Kindred ist nur eine Illusion, dass Trinabelt gegen seinen Sterben kämpft. Das ist also falsch. Kindred kann dich versättlich verwunden und nicht nur töten. Also, obviously ist Kindred ein reales Wesen in der League of Legends Lore. Obviously. Und wenn Kindred wirklich Trinabelt killen will, dann ist Trinabelt tot, obviously. Er ist einfach nur ein Barbarenkrieger, der wütend ist. Kindred ist der Tod. Ein ancient Wesen. Äh, mein Lasted, by the way. Wichtig. Ähm. Jetzt gucken wir uns gleich mal gemeinsam, wann du recht hast. Also, es kann auch einfach sein, weißt du, das ist ja schon einfach ein Symbol, dass er gerade gegen andere Dudes kämpft. Du siehst auch, die ganze Zeit umzingelt. Er lag da vor dem Boden mit Leichen um sich herum. Also, er hat safe halt gegen irgendwelche Dudes gekämpft. Er hat nicht gegen Kindred selbst gekämpft. Vielleicht hat ihn irgendwas anderes gebissen oder da verwundet oder irgendwie diese Spur hinterlassen, you know. Dann können wir gleich nochmal reingucken. Wir können gleich nochmal gemeinsam reingucken. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es das ist, was es bedeutet, Broski. Weil, also, du siehst ja auch Kindred bei Yasuo, du siehst Kindred auch bei Kale und Dingens ist halt, wo immer jemand stirbt oder sterben könnte, erscheinen die Kindred Spirits und, ja, reißen dich halt, jagen dich, gewähren dir einen sanften oder einen schmerzhaften Tod. Abhängig von dir. Hast du Spaß, Camille? Oder verbrennst du hier oben? Loser. Deinem scheiß Stryphos. Genervte Stryphos, genervte Wände, kein Divine Sondra mehr. Viel Spaß. Okay, Camille zu spielen. Ich werde es nicht machen, bis sie nicht gehotfix buffert. Oh, du brennst, das ist schön. Oh ja, du brennst. Die Tore? Ich habe Tore genommen, weil sie noch gewahrt ist an Deandris. Weil es nicht fairer brandt. Er wisst nicht, wo Evelyn ist, ne? Okay, komm, komm, spann alles an, Tolkien. Wenn du mit Evelyn stirbst. First Turret. Huge. Turret, Camille und Evelyn, wir wussten, wir können ja nicht sterben, aber we did not care. Voll Camille gekillt. Hat die überhaupt einen Assiss bekommen? Die ist an der Apune gestorben, die in der Luft war. Ich glaube, der hat keinen Assiss bekommen, oder? Bin ich sicher. Das ist so worth, ist mega worth. Zwei Mann, Top Lane, Turm und 1 für 1 straight. Digga, wie nehmen wir die das mal? Take those. I need you. Mit der D-Pin für die Rave. Dann ab zum Harald. Ganz genau, das war sehr, sehr Tolkien nice. Ey, danke dir, John, oder so. Liebe, Bro. Kein Bock auf Harald, die kriegen immer zwei Bounties mit Harald, mindestens. I don't want this. Ich check mal für mein Team, ich mach das. Ich, als Toplaner. Camille, Trifor ist fertig, sie ist nicht mehr so schwach wie zuvor. Sie sind durchaus mehr Damage, aber ohne Threefold Strike. Schade. Er kommt mit einem Matchspiel, damit haben wir nicht gerechnet. Wir broken Storm, so hat es toll gehen. Sehr OP. Evelyn ist hier, Camille könnte auch kommen. Ein Hit und weg. Weapon ist Botline. Trotzdem weg. Gewinne ich, Mannion? Ich gewinne auch, die waren probably immer noch um sie rumgelaufen. Sie weiß nicht, was ihr widerfahren ist. Sie ist so verwirrt. Warum kommen die Botline jetzt wieder gespawnt? Die geben keiner meine Position preis. Mehr oder minder. Volkin Lawy ist gigabroken. Okay, wieso? Ich schreie nicht nein, aber du musst mich überzeugen, warum ich ja schreien sollte. Also, damit die laue Gigabroken ist, brauchst du eine andere Meter, als die ich aktuell sehe. Die Leute sind viel zu mobil für sie und viel zu ranged. Also, wenn du mir jetzt sagst, sie kauft Terminus und damit ist ihre W verbuggt und sie progt Terminus auf einem W dreimal, dann maybe OP. Ich lasse mich überzeugen. Ich muss mich bloß überzeugen. Schnapp rauf! Hol den Dabbekel. Die beiden hassen mich. Bam! Schöner Flash Camel. Webdate. Wild Tentacles. Ich liebe den Tarkin. Das neue Item, das hielt, die Motore 150 Crit, kann sie, dann kann sie Bruiser Warn hätten. Du meinst Sun that Sky auf Lilaoi und das ist aus deiner Sicht deswegen gut. Aber es hat ja ewig cool auf die gleiche Person. Sechs Sekunden pro Ziel. Das ist halt einfach ein schlechteres Devine Sun Runner. Es ist ein schlechteres Devine Sun Runner. Du willst mir sagen und Lilaoi hat nicht mal Devine Sun Runner gekauft, sondern lieber Iceborne Gaunted als es Devine Sun Runner noch gab. Also wenn das der Grund sein soll, dann bin ich aber mindblown. Sorry Broski. Aber das der Grund ist, dann würde ich erstmal Nein schreien. Ich schreie nicht laut, Nein, aber du kriegst von mir ein Nein. Die Heilung ist halt schlechter, der Crit Damage ist weniger Damage als der von Devine Sun Runner. Proc ist einfach ein schlechteres Devine Sun Runner. Es ist einfach nicht so gut. Das ist ein Item mit Ability Haze, Leben, AD, Gebegleichenssätze wie Devine Sun Runner basically von Konzept her und heilt dich dann halt und macht Damage. Das ist einfach das schlechterste Devine Sun Runner. Das ist alles. Doesn't make sense, wenn die Laune nicht mal Devine Sun Runner mochte. Nee, ich schreie laut, nein. Es klingt terrible. Wenn das der Grund ist, dann sprung ich dir ins Gesicht. Die Camille kann einfach nicht spielen, die Arme. Lass mal den Turm jetzt aufbrechen mit unseren Void Grubs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, der Drifter. Das ist actually so eine coole Mechanik, aber der geht beim Tier 1 Turm, glaube ich, ausschließlich, oder? Kannst du Mitte Tier 1, du Botland oder Topland Tier 1 driften. Ich glaube, Tier 2 Turrets zu driften, habe ich zumindest noch nicht erfolgreich gesehen. He's going on another ride. Ja, he's going. Okay. Ich gebe dir mal einen Jump, ne? Ich gebe dir noch einen Jump. Wir werden Anti-Pete. Ja, wir sind gedriftet. Wer hoffert sich? Denn er weiß, er hat den Tod verdient. Kindred hat ihn gerissen. Aber er ist echt nicht gewährt am Ende. Also, wurde er mehr oder bin der sanft getötet. Mit einem Pfeil zwischen die Augen. Soll ich mich raufflaschen? Vor Fun? Nein, nein, nein. Nicht Rolf, Tag, Tag, drauf. Kannst doch games verlieren, wenn du zu sehr vor Fun spielst. Heute war bisher der Vor Fun-Tag. Game ist absolut losable. Edwin hat schon games gecarried mit Storm Search. Und Death Cap ist die auch echt nicht weak. Obwohl ist das Game komplett gewonnen, aber okay. Mit Maitree komplett verloren. Wie mein Team gerade spielt. Noch ein Death. Ich sag mir, es ist leichter wird es nimmer, ne? Mach es nur noch schwerer. Gewonnen ist ja schon die ganze Zeit. Können wir uns nur noch verlieren. Wir können nicht mehr gewinnen. Gewonnen ist es schon. Können wir noch drown. Weil du hast keine Ult, Freundin. Also was soll das? Du stinkst, wenn du denkst, du killst mich da. Jetzt rollt. Ich bin der Smurf. Ich muss noch Kopperside steppen. Nice. Keine Abel-Dult, keine Kamel-Dults. Wir durften sie halt nicht spielen. And we knew this, but they did not know this. I knew this. Ich weiß halt nicht, ob ich null Ability hast mag, das ganze Game. Wir kriegen 10 irgendwann halt von dem geteilten Blue Buff an alles. Hier in Honey. Warum nicht? Ist ne Ocean Map? Hallo? Riot. Jetzt gehen wir noch Rap Buff. Cool. Joach, 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 joach. So, das ist ein sehr gutes Item gegen die Kombo von den Kamel-Uls plus Avalence. Boah, ich kann nichts verkaufen. Was für ein U-Sers-Recall. Ich hätte doch bleiben können mit Rap Buff plus Ocean Regeneration. Wenn ich für nichts resette, fühle ich mich dumm. Außer halt für Lebensresetten. Ich hätte 50 Gold im Baseball. Warten müssen für Dorans Ring. Das ist nicht worth it. Wenn ich Drake Lastick genommen hätte, dann hätte ich 20 Gold warten können. Ist ja besser gewesen. Oh, he's on the hunt? Nee, ich glaub der... Ich kann den auch mal nicht spammen. Hallo? Ich liebe es. Ja, das ist doch ein geiles Team-Mode. What do you mean? Wir müssen die mal wirklich richtig in... Kann man jemand die in den Modeform machen und wir fügen die ein als animierte Emotes für den Channel und nicht nur mit einer externen Erweiterung. Aber wir können ja ein paar Emotes einfügen noch. Evelyn hat schon oft Nash gesteilt, bin ich ehrlich, ne? Der Champion ist ja gut am Nash gesteilen, aber... Jetzt haben wir Stopwatch und Bass. Das wäre gut. Dann machen wir noch Rapper und immer noch Ocean. Wir heilen uns viel. Was hat die in den Modeform eingeben können? So ein GIF ist halt irgendwie nicht... Irgendwie darf ich kein GIF eingeben. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Keine Ahnung, Mann. Traxi, wofür bezahl ich dich? Auch mal arbeiten. Doch, der schläft der Typ schon wieder. Der schläft immer. Wofür bezahl ich den Mann? Hab ich gern gemacht? Oh, er ist da. Weil du bist wach. Wir haben Stopwatch und Bass. Wir haben Storm Search. Wir sind broken. Wir sind a big boy. The biggest of boys. Drei Level über Kamill. Wohnt viel gegankt. Aber jetzt haben wir auch Playpotenzial. Dann macht Kamill Ult oder Evelyn Ult Sonnersen. Beides gut. Meistens müsst ihr aber Kamill Ult Sonnersen, weil Evelyn euch sonst charmt. Dieser Tod. Bevor ihr überhaupt die Evelyn Ult Sonnersen bekommt, weil der MCC sterbt. Oh, shit. Die Old Verbatten bekommt man nicht nach da ran. Und bam. Ah, ich bin so cringe. Wie viel Damage macht Storm Search allgemein? Was macht der manchmal diesen Blitz? Ich kann das nicht einschätzen. Der war... Oh, ist so loader. What? Ich hab nur E und ein bisschen Q getroffen. Er war 1 HP. Wow. WoW, Brudi. Wie wir da manchmal Storm Search da gemacht haben. Holy shit. Noch Kommen und Scooch. Wie Poki? Turbo Show, Drohket. Diese Void Grubs von 6 Leuten beschworen. Von 5 Leuten. Mit 6 Racks beschworen. Ich bin ein bisschen auf Position, aber nur wenn Evelyn schon da ist. Ich bin kein Ult. Ha, diese Armee. Das hab ich mit... Wir hatten das mit Bellweth. Und die hat in 15 Minuten einfach geendet. Mit 2 Leuten, weil einfach 50 World Cup-Star waren. Aua. Schöne Armee-Wabbel. Ich hab ein Nash-Reset für 40. I could base and DP back, Team. Oder ich könnte auch einen Camp-Warm. Für mein Sonjas-Iro-Glois. Bitte lass mir das, bitte lass mir das. Danke. Okay, ich kann Doransringen verkaufen, wenn er unbedingt die Krabbe haben will. Hätte ich auch mir lassen können, müsste ich Doransringen verkaufen. Ich liebe Doransringen. Das ist fucking OP. Egal. Kauf ein Pinkort. Ist okay. Frisches neue Sonjas. Sonjas ist auch so geil jetzt auf Rumble. Auf Rumble und Kellen lieben das neue Sonjas. So viel AP, dass du es kaufen kannst, ohne runter zu gehen. Genau wie früher, bevor Mythic-Atoms da waren. Und es gibt keine Ability-Haste mehr. Was auch geil ist auf Rumble und auf Cannon. Auf Vladimir West ist es natürlich nicht so geil, aber auf Cannon und Rumble, geil. Die Champions wollen nur ganz wenig Ability-Haste haben. Ich hab fairerweise gar keine Ability-Haste. Außer Blue-Buff. Aber ich kann auch nur Protobatt kaufen. Das ist verrückt, ne? Es gibt nur ein einziges Item aus Finnish-Codex, das wir wirklich kaufen können. Look at this. Actually Horizon Focus. Morelos und Horizon Focus können wir kaufen. Riftmaker ist nicht so gut gegen Range-Champions. Riftmaker kann gut sein gegen viele Melee-Champions. Aber ja, da müssen wir so eine Conqueror-Draft anspielen, dann ist Riftmaker okay. So eine Conqueror gegen Sion und Maokai-Jungle und dann Alisa-Support oder sowas, damit sich das lohnt. Cross-Nug Drive ist zu viel Ability-Haste, aber ist nicht terrible, kann man auf jeden Fall kaufen nach den Rumble-Changes. Hast ja 150 Heat statt 100, also du kannst schon ein paar mehr Spez-Cast bevor du überhitzt. Bei uns die Ability ist jetzt ein bisschen mehr. Hallo. Schon wieder mit E-Überhitzt? Junge, ist voll so hart. Das dritte war heute, dass ich mit E-Überhitzt bin, wenn es schlecht war. Ja, ich bin komplett Laning-Face, sie gebullet, sie war komplett useless, Camille. Also meine Camille war eigentlich ähnlich useless in Laning-Face und ich konnte dann halt einfach mit Game Platten kriegen und dann hab ich einfach gewinnen können, weil der Gegner weg die Pieter ist und dann war ich auch OP. Aber early, also Camille ist glaube ich unplayable, honestly. Keine guten Item-Power-Spikes, keine Wände mehr, kein Divine-Sundra, kein Triforce, also Triforce schon, aber halt mit generfter Passive, keine Passive mehr. Sieht da ein Playable aus, finde ich, Camille. Braucht hat fix, braucht Buffs, um Playable zu sein. In my opinion.